Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Pilzrezept. Heute machen wir eine ganz ganz leckere Frühlingsfocaccia mit Morcheln, Werpeln, grünem Spargel und Bärlauch. Wenn das Rezept interessiert, gerne dranbleiben, ist wirklich super super einfach und super super lecker. Auf geht's! Mit welchen Pilzen kann man denn das Rezept überhaupt machen? Ja, gerade jetzt im Frühling bieten sich natürlich Morcheln und Werpeln an. Bei uns war es die Spitzmorchel und die Böhmische Werpel, aber auch mit Käppchenmorchel und Speisemorchel ist das Rezept ohne Probleme möglich. Für den Focaccia-Teig braucht man die typischen Pizzateig-Zutaten. Das heißt Mehl, Wasser, Zucker, Salz, Hefe und Olivenöl. In dem Fall 400 Milliliter Wasser, ungefähr 550 Gramm Mehl, ungefähr 6 Esslöffel Olivenöl, ein gehäufter Teelöffel Zucker, ein gehäufter Teelöffel Salz und ein Päckchen Trockenhefe. Das Mehl geben wir dann in eine Schüssel. Ja, und dann heißt es Mehlburg bauen. Wir schieben das Mehl so ein bisschen an die Seite, damit in der Mitte so ein schöner Krater entsteht. Warum? Das seht ihr gleich. Dann schnappen wir uns den Zucker, geben den in das Wasser und auch die Trockenhefe kommt erstmal ins Wasser rein und dann verrühren wir das Ganze, bis sich Zucker und Hefe richtig schön aufgelöst haben. Wichtig ist dabei, dass von der Hefe da wirklich nichts mehr zu sehen ist und das Ganze dann im Prinzip wirklich komplett aufgelöst ist. Dementsprechend rühren, rühren, rühren. Ja, und wenn dann wirklich Zucker und Hefe komplett aufgelöst sind, dann kommen wir zu unserer Mehlburg. Denn jetzt geben wir diese Hefe-Zucker-Wasser-Mischung genau in die Mitte. Ja, und wie wir sehen, passt es hier perfekt. Haben wir die Burg richtig gebaut. Ja, und so bleibt das Ganze dann erstmal eine halbe Stunde stehen. Da kann sich die Hefe dann richtig schön aktivieren. Ja, sich schon so ein bisschen am Zucker bedienen. Und dementsprechend Schüssel zudecken und irgendwas anderes machen. Kann man sich gleich im Pilzbuch schnappen, ein bisschen drin stöbern. Und nach einer halben Stunde ungefähr geht es dann weiter. Ja, so sieht das Ganze dann nach einer halben Stunde aus. Sieht man schon, da hat sich ein bisschen was getan. Die Hefe hat angefangen zu arbeiten. Ja, und dann können wir auch schon die restlichen Zutaten dazugeben. Vom Olivenöl gibt man nur die Hälfte dazu, also ungefähr drei Esslöffel. Und das Salz kommt komplett rein. Damit sich das Salz dann auch vielleicht noch so ein bisschen im Wasser auflösen kann, versuchen wir es erst noch so ein bisschen mit dem Schneebesen. Den haben wir ja vorher eh schon verwendet. Ja, aber sobald da das Mehl ein bisschen ins Spiel kommt, wird es natürlich mit dem Schneebesen schwierig bis unmöglich, den Teig weiter zu bearbeiten. Ja, und Pizza- oder Focaccia-Teig macht man natürlich auch nicht mit dem Schneebesen, sondern mit den Fingerchen oder alternativ einer Küchenmaschine. Ja, wobei ich sagen muss, gerade Pizzateig und Focaccia-Teig, da lohnt sich so eine Küchenmaschine, wenn man das öfter macht, schon. Denn man sollte den schon so, ja, ungefähr zehn Minuten dann kneten. Wir arbeiten jetzt erstmal das restliche noch trockene Mehl hier in den Teig mit ein. Und dann geht es auch schon ans Kneten. Ja, und wie gesagt, das machen wir dann so ungefähr zehn Minuten. Und das Tolle ist, wenn man das Ganze mit den Fingern macht, man hat halt ein viel besseres Gefühl, wie es mit dem Teig aussieht. Ist er zu weich, gibt man noch ein bisschen Mehl hinzu, fehlt ein bisschen Flüssigkeit, kann man noch ein bisschen Wasser hinzugeben. Und dementsprechend mache ich das schon immer gern mit den Händen. Wichtig ist, Focaccia-Teig ist normalerweise, zumindest meiner Erfahrung nach, immer viel, viel, viel flüssiger als Pizzateig. Ja, ist nicht Pfannkuchen-Konsistenz, schon ein bisschen fester. Aber Pizzateig ist normalerweise, zumindest bei mir, nochmal deutlich, deutlich fester. Also mehr Mehl, weniger Flüssigkeit als bei der Focaccia. Ja, ich habe mir hier jetzt noch den Ofen zur Hilfe geholt, habe den so ein bisschen auf 50 Grad vorgeheizt, damit er innen warm ist. Ja, und da kommt jetzt der Teig rein und sollte mindestens eine Stunde ruhen. Er soll sich mindestens verdoppelt haben, wenn er natürlich länger ruht, schadet das überhaupt nicht. Im Gegenteil, dann entwickelt sich der Geschmack nochmal besser. Dann schnappen wir uns ein Backblech und ölen das erstmal mit einem weiteren Teil von dem Olivenöl schön ein, damit wir die Focaccia dann auch vom Blech bekommen. Außerdem wird dann der Teig auch von unten richtig, richtig schön knusprig. Dann geben wir den Focaccia-Teig auf das Backblech. Ja, und wenn wir das geschafft haben, versuchen wir den Teig möglichst mit der gleichen Stärke so ein bisschen übers Blech zu ziehen. Wie man schon sehen kann, ist ein sehr weicher Teig. Wenn der Teig dann fertig auseinandergezogen ist, dann tunkt man unsere Finger immer in Olivenöl und dann 2, 3, 4, 5, 6 Mal in den Teig, damit so kleine Löcher mit Olivenöl letztendlich entstehen. Ja, und dann muss der Teig tatsächlich nochmal so eine halbe, dreiviertel Stunde auf dem Backblech ruhen, damit sich innen schöne Luftbläschen bilden. In der Zwischenzeit können wir uns um die Morcheln und Werbeln kümmern. Hier haben wir ein bisschen Olivenöl in der Pfanne und da kommen jetzt erstmal die großen Morcheln rein. In dem Fall eine große, halbierte Spitzmorchel. Ja, und wenig später kommen dann auch die Werbeln dazu und da muss ich zugeben, ja, mit den Werbeln ist es so ein bisschen schwierig. Das Kopfteil ist da wirklich nur an der Stielspitze mit dem Stiel verbunden. Ja, und beim Auseinanderschneiden geht da im Prinzip der Hut ganz, ganz oft vom Stiel ab. Dementsprechend für so eine Focaccia eignen sich dann die Morcheln wahrscheinlich doch ein Stück besser. Wenn das ganze Farbe angenommen hat, dann kann man versuchen, diese Morcheln umzudrehen. Ist in dem Fall zum Glück ohne zu erbrechen gelungen. Ja, und jetzt schaut euch mal diese Farbe an. Ja, und die größte Gefahr im Prinzip bei der Focaccia ist, ist, dass man nicht widerstehen kann. Hier einfach ein bisschen Salz drüber gibt und die Morcheln und Werbeln pur verzehrt. Das riecht so einladend. Ja, und mit dieser Farbe, da sehen wir richtig schön, wie die Werbeln und auch die Morcheln so ein bisschen karamellisiert sind. Die sind knusprig, die sind saftig, haben ganz, ganz tolles Aroma. Super, super lecker. Ja, und dann ist der Teig im Prinzip nach seiner Ruhezeit bereit für den Ofen und dann geht es ans Belegen. Ich habe mir aus dem Garten ganz, ganz frischen Bärlauch geholt. Ja, und die paar schönsten Blätter legen wir jetzt einfach erstmal drauf. Auch Schnittlauch habe ich im Garten noch ein bisschen gefunden. Den gibt es ebenfalls oben drauf. Ja, und vom Vortag haben wir uns ein bisschen grünen Spargel übrig gelassen. Der kommt ebenfalls auf die Focaccia. Und dann kommen eigentlich schon die Hauptdarsteller. Haben wir überall ein bisschen Platz gelassen. Zwei große, dicke Spitzmorchelhälften und ein paar kleinere Werbelköpfe. Die verteilen wir einfach überall, wo ein bisschen Platz ist. Ein kleines Werbelchen. Ja, und der Rest, der beim Auseinanderschneiden letztendlich zerfallen ist. Den haben wir dann auch noch angebraten. Und der kommt in die Mitte. Und so sieht das Ganze dann vor dem Ofen aus, wie wir sehen können. Spargel, Schnittlauch, Bärlauch, Spitzmorchel und böhmische Werbel. Den Ofen, den habe ich auf 225 Grad mit Umluft vorgeheizt. Dann kommt das Ganze im Backofen. Ja, aber Vorsicht, da muss man auch noch ein bisschen zurückschalten. Und zwar auf 200 Grad. Dauern tut es ungefähr 20 Minuten. Ich würde mir da aber eher den Wecker auf 15 Minuten stellen. Dann mal schauen, wie es aussieht. Und dann lieber nochmal 5 Minuten zugeben. Denn wenn so eine Focaccia mal zu lange im Ofen war, kann man es nicht mehr rückgängig machen. Und länger drin lassen geht natürlich immer. Ja, und als Deko gab es obendrauf noch ein bisschen frisch gehackten Bärlauch. Und in der Mitte, ihr habt es gesehen, die Blüte vom Löwenzahn. Auch aus dem Garten. Ja, und insgesamt muss man sagen, super, super leckeres Rezept. Passt wunderbar auch zu einer Grillparty am Abend. Kann sich jeder ein kleines Stück nehmen. Ja, und das Tolle an der Geschichte ist, es ist auch wieder super flexibel. Man muss es nicht mit Morcheln und Spargel machen. Im Herbst wird sich zum Beispiel super Tomate, Steinpilz, vielleicht Pfifferlinge oder vielleicht auch Kürbis anbieten. Das soll es von meiner Seite dann auch schon gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn du das Rezept vielleicht nachkochst. Ja, wenn es bei dir nicht mit Morcheln klappt, dann gerne auch mit anderen Pilzen. Und wenn du sagst, ich habe eine ganz, ganz andere Kombination als Morchel und grüner Spargel mit Bärlauch oder Steinpilz mit Rosmarin und Kürbis, dann gerne den Tipp ab damit in die Kommentare. Vielleicht probieren wir das dann im Laufe des Jahres mal aus. Ansonsten drücke ich dir für den anstehenden April die Daumen, dass ganz, ganz viele schöne Pilzfunde gelingen und auch du das eine oder andere leckere Gericht zubereiten kannst. Ja, und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt bzw. Pilzrezept. Mach's gut und bis bald. Mach's gut. Mach's gut.